ja leute was geht ab und wir testen heute den the king 2.0 die neuheit 2017 2018 für viele ja die top neuheit für mich nicht unbedingt wir testen sie dennoch einmal wir schauen uns die einmal an das design ist eigentlich recht cool aber schon recht bekannt sollte jeder kennen und dann würde ich sagen schauen wir noch mal kurz auf das back cover wir haben hier eine gesamte nm vorhanden von 30 gramm verteilt eben auf diese fünf böller das heißt natürlich sechs gramm pro böller damit ist das limit ausgeschöpft was wir hier haben dürfen davon wird hier allerdings ein vorbrenner abgezogen nicht so wie bei dem normalen the king und schauen wir uns mal den knall nachher an ob sich das ganze dort wieder spiegelt und dann würde ich sagen sehen wir uns noch mal draußen wieder freunde the king 2.0 crackling vorbrenner richtig nice auch nicht auch so laut mehr genau so viel enem wieder vorgänger kommen ein immer noch trotzdem richtig laut aber auf jeden fall druck ich denke da geht eine kaufe empfehlung raus freunde und dann sehen wir uns im nächsten video freunde haut rein und ciao